In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« wird Tobias »Vergangenheit« zum Stolperstein. Tobias' Welt liegt in Scherben. Wie ihr in der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« bereits sehen konntet, hatte Carlos mit seiner Intrige Erfolg. Tobias braucht eine Perspektive, W.L. ist in Rosas Händen und er ist neuer Geschäftsführer der Firma. Immerhin bot er Tobias an, weiter für W.L. – und damit für ihn – zu arbeiten. Wenig überraschend, dass er ablehnte. Das Angebot muss sich für ihn wie Hohn angefühlt haben. Tobias schöpft Zuversicht, als er von einem renommierten Unternehmen eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhält. Doch ihm wird klar, dass er aufgrund seiner Vergangenheit noch einen steinigen Weg vor sich hat. Tatsächlich blickt Tobias selbst nicht gern zurück. Denn wegen seiner Spielsucht musste er Privatinsolvenz anmelden, nachdem er erst seine Waldhütte verscherbelt hatte, und dann auch noch Geld von W.L. veruntreute. Schließlich bietet Carlos Tobias einen neuen Job bei W.L. an. Damit du doch noch einen Weg findest, um mich in den Knast zu bringen? fragt Tobias zynisch. Carlos betont, dass das nie seine Absicht gewesen sei. Das war immer zwischen Katrin und mir. Als Tobias anlehnt, verspottet ihn Carlos. Dein Name ist in der Branche verbrannt. Du wirst nie wieder als Bauleiter arbeiten. Wer soll denn einen Spielsüchtigen mit Privatinsolvenz bitte einstellen? Wie aktuell im Rahmen von Tonis Medikamentenabhängigkeit, wollte RTL 2022 mit dem Handelsstrang zum Thema Glücksspielsucht aufklären. Gerade Sportwetten bergen ein hohes Suchtrisiko und versprechen schnelles Geld, schnelles Glück. Das ist ein Trugschluss und führt viel zu häufig in die Abhängigkeit oder zumindest in ein problematisches Spielverhalten. Darüber hinaus betrifft eine Suchterkrankung immer auch die Familie, den Freundeskreis, die Arbeitskolleg. Innen, erklärte Burkhard Blienert von der Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung damals. Und weiter. Finanzielle Probleme kommen hinzu. Manch einer verzorgt sein Hab und Gut. Somit ist es immer wieder wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die Gesellschaft zu sensibilisieren und Menschen mit Suchterkrankungen aus der Isolation zu führen. Carlos' Intrige rächt sich. Ja, Carlos war erfolgreich. Aber glücklich ist er nicht. Nachdem er nach Tobias auch Michi als Freund verloren hat, beschließt er trotzig, seinen Erfolg allein zu feiern. König22-Birnes-Tag-Kl examples. unicorn-evert. Was ist degree ist das outside- Vielen Dank. Wir montrer zu viel nach Hause. Ich habe hier kein Grund, dois nicht nach Hause agreement Assistant. Warum nicht nachsamlung sein? Beide Model hinzu. Warum darüberSpeain mounted passt einfachям? Wir jungen nach别ieren dr sammiss wieder��,